Das ist hier Sechendorf, ganz so Blechendorf. Große Stromleitung hier. Heute haben wir den 24. Oktober 2012. Dach wird eingedeckt. Oh, da habe ich noch was zu tun. Die ganzen Isolierstoffe runter, den ganzen Dreck da. Das bringt keinen Spaß. Da fahre ich doch lieber rum. Das ist besser. Was ist hier denn? Sehe ich ein Dorf. Ein schönes Dach. Guck mal. Da gibt es eine Infektion. Da kann ich in die Infektion gehen. Landmaschinenzyklus steht gerade. Sechendorf. Von Schütz.